Musik Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand leisten Defibrillatoren, sogenannte AED-Geräte, wertvolle Unterstützung bei der Reanimation von Patienten und der Überbrückung der Zeit bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Nachdem in Rheinach Mitte April das erste öffentlich zugängliche AED-Geräte vom Gemeinshaus installiert worden ist, können mittlerweile schon fünf solche Geräte über ganz Rheinach verteilt jederzeit in Betrieb genommen werden und weitere Geräte sollen folgen. In Rheinach gibt es rund 90 Herz-Notfälle pro Jahr. Und darum haben wir dann gesagt, es ist schon noch wichtig, dass wir schauen, dass möglichst viele Geräte öffentlich werden. Und der Gemeinderat hat ihnen zugestimmt, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen wollen und schlussendlich sechs Geräte öffentlich haben. Zurzeit sind fünf Geräte aufgestellt. Bei zweien weiteren sind wir noch in Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, sprich wir sollten dort Strom haben. Und das ist nicht ganz einfach, weil die möchten dann Stromzähler und sauber abrechnen und so weiter. Und das ist einfach ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Frage. Und beim zweiten Standort, das ist das WBZ, die haben sich auch sofort zur Verfügung gestellt, aber die tun dann die Fassaden umbauen. Und wenn diese Fassade umgebaut ist, kommt dann dort ein öffentliches Gerät an. Das WBZ sponsert eins von ihren Geräten, hängt das voraus und die Gemeinde der Kasten dazu. Bedient werden können so Geräte eigentlich von allen, aber mit Vorteil von geschulten, sogenannten First Responder. Also wir haben im Oktober 2019 gestartet mit dem First Responder-System. Das ist ein System, das per App freiwillige Leute, Leihenhelfer alarmiert. Und dann schaut das System, welcher von denen, der sich gemeldet hat, liegt am nächsten zum Einsatzort. Und die können dann ausrücken. Und es geht eigentlich darum, dass sie die Zeitfenster über Brücken vom Ereignisort, also vom Ereigniszeitpunkt, bis der Rettungswagen vor Ort kommt. Also dass wir einfach dort eine möglichst schnelle Interventionszeit haben. Im Moment ist es so, dass ein Rettungswagen doch einfach seine Zeit braucht, bis er vor Ort ist. Und wir haben pro Minute sinkt über Lebenschancen um 10%. Also macht es deutlich, dass wir wirklich in der Rettungskette, in der Leihenhilfe doch noch Gas geben müssen. Oder anders gesagt. Also es ist so, ein Gerät kann nicht das Menschenleben retten. Es braucht immer jemanden, der das Gerät auch anwendet. Wir brauchen einen Leihenhelfer, wie sie und ich, die einfach bereit sind, das Gerät aus dem Kasten zu nehmen und zum Ereignisort zu rennen und dort die Zeit überbrücken. Die Situation mit den AED-Grädern in Reinach ist gut, soll aber noch besser werden. Wir haben in Reinach, das ist so, wir haben relativ viele Geräte. Und von diesen vielen Geräten sind einfach nicht alle öffentlich zugänglich, das heisst Bürozeiten. Und der Herz-Kreislauf-Stillstand, der kennt keine Bürozeit, der kommt, wenn er kommt. Und wir haben dank der Gemeinden Reinach, die hat sich dort sehr eingesetzt, dass man möglichst viele öffentlich zugängliche AEDs herausstellt. Und wir sind auch sehr dankbar. Wir haben aber auch eine private Institution, die sich bereit erklärt hat, dass sie ihre AED öffentlich zugänglich machen. Und das sehen wir so ein bisschen auch in unserer AED-Beratung, dass man sagt, schaut, aufzeichnet, wie die Wichtigkeit dieser Öffentlichkeit, dieser AEDs. Aktuell sind in der Weiden Basel rund 1400 First Responder registriert. Weitere sind willkommen. Informationsveranstaltungen werden angeboten. Die Gemeinde Reinach wechselt per 1. Januar durch Provider. Dieser Wechsel wird schrittweise vollzogen. Alle Reinacher Haushalte bekommen in diesen Tagen auf dem Postweg einen offiziellen Brief von der Gemeinde mit diversen Informationen und Eckdaten zu dem bevorstehenden Providerwechsel, der für alle mit einem gewissen Aufwand und Anpassungen am Computer verbunden ist. Der neue Provider Improver mit dem Produkt Breitband.ch wird zusammen mit der Gemeinde in den kommenden Wochen und Monaten regelmässig über die etappenweise Umstellung informieren und aufzeigen, wo und wie Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Für die optimale Kundenbetreuung wird ab dem 1. Oktober an der Hauptstrasse 22 sogar ein temporäres Servicecenter betrieben, wo man sich kostenlos beraten lassen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020